Musik 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 Mitten im Herzen der deutschen Landschaft liegt Thüringen. Baldes Rauschen, Sonnenschein über lieblichen Tälern und geheiligte Erinnerungen an die tagereichsten deutschen Geistesleben sind die Melodie seines Seins und Werden. Seit Urzeiten scheidet der Höhenzug des Thüringer Waldes in 200 Kilometer Länge den deutschen Süden vom deutschen Norden. Schwer mussten sich einstmals die Gäule ins Geschirr legen, wenn die Planwagen der Nürnberger oder Augsburger Handelsherren aus dem Fränkischen hinüber ins Norddeutsche wollten. Im Zeitalter der Dampfkraft sind 800 Meter Höhenunterschied keine Schwierigkeit mehr. Die Güterzüge der Reichsbahn laden das Vielfache eines Planwagens für eine einzige Fahrt. Musik An der Thüringer Pforte grüßt viertürmig der Dom von Naumburg, ein Juwel mittelalterlicher Kirchenbaukund. Bei Burg Salek zweigt die erste der großen Thüringer Schnellzugsstrecken nach Süden ab. Sie kommt von Halle Berlin, führt das Saalental aufwärts zur Rennsteighöhe und verbindet Norddeutschland mit Nürnberg und München. Wir reisen Saale aufwärts. Von steiler Kalksteinhöhe schauen die Dornburger Goethe-Schlotter herab. Der Fuchsturm, Zeuge mancher jenenser Studentenfröhlichkeit, ist ein Rest der Grafenburg Kirchberg. Über die Saale blickt der Jenzig-Schillersberg mit dem rötlich strahlenden Gipfel herein. Musik Noch immer lebt nichts gut im alten Jene. Noch immer steht mit Schwert und Bibel der Hanfried, Johann Friedrich der Großmütige auf dem Markt. Noch immer schnappt beim Stundenschlage an der Giebelfront des alten Rathauses der Schnapphand vergeblich nach dem Apfel. Musik Das neue Jena aber errang in den Namen Zeit und Schott Weltgeltung. In den Glashütten der Firma Schott entsteht nach geheimem Rezept das feuerfeste Jena-Glas, das der Glut der offenen Flamme widersteht. Musik Glück mag nach altem Wort noch brechen. Jena-Glas springt nicht mehr. Und Haushalt und Wissenschaft ist damit ein großer Dienst erwiesen worden. Musik Nur ein paar Kilometer weiter die Saale aufwärts. Dort wo die Leuchtenburg über dem Städtchen Kala steht, dient man der Hausfrau ebenfalls. Die Porzellanindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Thüringens und Kala der Hauptplatz für Haushalt Porzellan. Porzellan kann man nach uraltem Töpferbrauch an der Drehscheibe aus besonders gemischter erdiger Masse formen. So entstehen die Teller. Musik Schüsseln aber beispielsweise stellt man im Gießverfahren her. Die flüssige Masse wird in Hohlformen gefüllt. Musik Der noch feuchte Rohguss muss längere Zeit trocknen. Musik Später taucht man ihn in die Glacierflüssigkeit ein. Setzt ihn in feuerfeste Schamottebehälter und dann kommt er in den Brennofen. Im Ofen entwickelt sich eine Temperatur von 1450 Hitzegraden und nach etwa 28 stündiger Brennzeit ist der Brand beendet. Das fertige, weiche oder farbige Porzellan, Teller, Tassen, Krüge, Schalen werden nun zum Versand vorbereitet. Musik Weiter geht die Fahrt durch das burgenreiche Tal. Musik Schon taucht Rudolstadt auf. Die einstige kleine schwarzburgische Fürstenresidenz wird ganz vom mächtigen Schlossbau der Heideggsburg beherrscht. Trotz der sehr bedingten Größe der Landesfläche waren diese Thüringer Fürstenhöfe ein nicht zu unterschätzender Bestandteil geistiger und kultureller Blüte. Musik Im Gefecht bei Saalfeld fiel 1806 Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Ein Denkmal erinnert an dieses erste tragische Anzeichen der Katastrophe von Jena und Auerstedt. Saalfeld mit der Burgruine des Hohenschwarm und seinen zahlreichen weiteren Baudenkmälern bezeichnet der Thüringer mit Recht als seine steinerne Chronik. Hier mündet in die Nord-Südstrecke die Bahn aus dem Ostthüringer Wirtschaftsgebiet. Gera ist der Hauptsitz der thüringischen Web- und Maschinenindustrie. Aber auch diese Industriestadt besitzt in ihrem Altteil kunstgeschichtlich wertvolle Bauzeugnisse. Hinter Saalfeld treten die Berge näher an das Tal heran. Der Fluss wendet sich und bei Saalburg im Reussischen Oberland hat ihn Menschenwille zu einer der größten deutschen Talsperren, der Bleilochsperre, gestaut. Der riesige Stausee fasst rund 215 Millionen Kubikmeter Wasser, die der Elbe bei Niedrigwasser als Auffüllung zugeführt werden können. Zu Füßen der 65 Meter hohen Staumauer liegt ein Kraftwerk, das mit vier Turbinen insgesamt 40.000 Kilowatt Stromleistung erzeugt. Die Fernstrecke aber führt nunmehr unmittelbar auf den Gebirgsstock des Thüringer Waldes, wo die Schieferdächer der Dorfhäuser anzeigen, dass wir im Gebiet der größten Schieferbrüche Europas angelangt sind. Viele hunderte von Arbeitern spalten in den Schieferhütten den Rohschiefer. Andere beschneiden ihn dann zur Größe von Dachschieferplatten. Im Thüringer Schiefergebiet geht die Bahn aus bayerischem Boden über. Als Kosten auf der Grenzwacht steht hier Burg Launstein, eine der wenigen echt erhaltenen und mit Verständnis ausgebauten deutschen Burgen. Wir wenden uns zurück und verfolgen nun die zweite große Fernbahnstrecke, die den Thüringer Wald in seinem Kern durchquert, um das Schwabenland mit dem Norden zu verbinden. An ihr liegt Weimar, die thüringische Landeshauptstadt. Hier ist geheiligter Boden. Friedrich Schiller erfuhr die Krönung seines Schaffens und Lebens. Johann Wolfgang Goethe war im kleinen Gartenhaus am Stern daheim und sein Haus am Frauenplan ist für die Nachwelt das Bilderbuch eines vielfältig reichen Lebens geworden. Unter den Kostbarkeiten steht das Papiermodell der ersten englischen Dampfbahn der Goethe-Enkel. Damals dachte noch keiner daran, dass um gute 100 Jahre später der fliegende Frankfurter durch Thüringen brausen würde. Das Stadtbild von Erfurt, der Großstadt im Thüringer Raum, wird vom Dom bestimmt, zu dessen Kavaten unterbauter Höhe eine der schönsten Freitreppenanlagen deutscher Städtebaukunst hinaufleitet. Erfurt ist auch der Mittelpunkt der mitteldeutschen Blumenzucht und Sämereigewinnung, die durch künstliche Befruchtung von Menschenhand gesteigert wird. Seit Alters her aber ist die Stadt berühmt durch ihren Blumenkohl, der wagenweise nach allen Himmelsrichtungen verladen wird. Armstadt ist eine Idylle aus alter Zeit. Über den arkadengeschmückten Markt sind einst die Marlith und Willibald Alexis gewandelt. Und die Liebfrauenkirche ist ein kunstgeschichtlich hochbedeutsames Gegenstück zum Dom von Naumburg. Nun geht es wieder aufwärts auf die Kammhöhe des Waldes, die jedoch der Zug hier unterfährt. Der über 3000 Meter lange Brandleitetunnel ist eine eisenbahntechnische Bauleistung, denn in seinem Inneren überwindet die Strecke ihren Scheitelpunkt. Am Südausgang liegt der Bahnhof Oberhof. Zum weltbekannten Höhenluftvorort und Wintersportplatz Oberhof ist es noch ein Aufstieg von einer guten halben Stunde. Vom Golfplatz blickt man hinüber zu den höchsten Bergen, dem fast 1000 Meter hohen Schneekopf und Wehrberg. Das Wahrzeichen der alten Waffenschmiede Suhl ist der Schmied. Im 16. Jahrhundert war die Stadt der einzige Waffenplatz Deutschland. Eine schmale mittelalterliche Steinbrücke führt dort, wo sich Franken- und Thüringerland verschwistern, über die Werra. Hier kreuzt die Strecke nach Stuttgart die dritte Schnellzuchsstrecke Thüringens, die Werratalbahn. Wir sind im Meininger Land, in der Stadt, die durch die Gewalt ihrer Schauspielkunst einstmals eine Welt in Erstaunen und Erschütterung versetzte. Über Meiningen steht der Dolmar, geologisch einer der östlichen Kuppenausläufer der Hohen Rhön. Werra aufwärts in Hildburghausen zählt das spätgotische Rathaus zu den wirkungsvollsten Bauten seiner Art. Das große Eckhaus ist die verlegerische Geburtsstätte des von Josef Mayer begonnenen Konversationslexikons und von Brems Tierleben. Das Städtchen Eisfeld besitzt in seinem Pfarrhaus einen der vormschönsten fränkischen Fachwerkbauten aus dem 17. Jahrhundert. In Eisfeld wurde der Dichter Otto Ludwig geboren. Sein innerstes Besitztum war jenes bescheidene Gartenhaus vor der Stadt, das heute Gedenkstätte ist. Und nun leuchten die Türme der Feste Coburg auf. Coburg ist geschichtlich thüringischer Boden, aber es gehört heute zu Bayern. Nicht umsonst trägt diese Feste den Namen fränkische Krone und mit einem einzigen dankbaren Blick umfasst man von ihren Zinnen Franken und Thüringen. Untertitelung im Auftrag des Zinn Untertitelung im Auftrag des Zinn